Hallihallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge project cars heute mal mit einem weiteren Pagani den Zonda Air hatten wir schon den Huayra hatten wir ebenfalls und das ist jetzt quasi die Straßenversion vom Zonda Air stand zumindest so bei Wikipedia ich finde es ein bisschen komisch weil kein Dach drauf ist aber es ist ja auch die Roadster Version Pagani Sunk Roadster heißt er glaube ich also irgendwie fünf weil davon wurden nur fünf gebaut also die französische vielleicht heißt er auch Chinke keine Ahnung ich bin kein Sprachwissenschaftler sondern das ganze hier auf dem Azure Circuit aka Monaco wo ja solche Fahrzeuge auch im Straßenbetrieb sag ich mal alltäglich sind Monaco das Land der schönen und reichen und ja dort gibt es halt solche Fahrzeuge ne ich hör nochmal eben rein es kommt ein bisschen viel Rauch aus dem Auspuff habe ich das Gefühl wir gehen mal eben ins Cockpit da ist auch mit den Händen noch was nicht ganz in Ordnung das seht ihr da aber da achten wir jetzt einfach gar nicht drauf wir gucken uns lieber wartet mal dafür gehe ich nochmal eben hier wieder rein dieses wunderschöne Auto an ich meine guck mal hier was ist das denn eigentlich was ist das für ein Nippel da wird doch Luft angesaugt oder könnt ihr mir doch erzählen was ihr wollt hier gibt es schöne Boxen hinterm Fahrer also es ist auch ähnlich wie der Huayra sehr detailreich vom Cockpit her nicht ganz so schnöselig nicht ganz so spacig sag ich mal aber dafür viel Carbon viel Rennsport hier so große so große Auslässe auf den Schultern das sieht auch recht geil aus Entschuldigung wenn die Kamera so hektisch ist das hat aber echt schon was geiles so und wir fahren einfach mal natürlich mit Kavalierstart wie es sich gehört und mit Abkürzen der Strecke wie es sich auch gehört auf dem Azurkirk Circuit gab es bisher leichte Veränderungen das habt ihr gerade schon als Hintergrund quasi gesehen wo ich noch am Start stand eine neue Tribüne und auch neue Texturen bei der Boxenausfahrt und so weiter also hier geht die Strecke auch wirklich voran Ja fünf Stück wurden gebaut von diesem Fahrzeug und für einen Preis von über eine Million verkauft zuzüglich steuer hat circa 650 PS da können wir mal eben gucken wieviel es wirklich sind ja 660 da geht noch was das war eben hier aufpassen so und jetzt noch mal gucken 666 circa 667 vielleicht also eine teuflische Anzahl an PS oh und jetzt ist mir was aufgefallen hier hat sich das zurückgesetzt wartet mal eben ich mach mal eben so und dann mal eben so da das hat sich zurückgesetzt man kann ja hier sein HOD anpassen und verschieben wie man es haben möchte aber es scheint sich zurückzusetzen wenn man keine Ahnung Escape drückt woran lag es denn jetzt das ist Klingt schon wirklich geil, muss ich sagen. Hat auch Geräusche drin, die man so noch gar nicht gehört hat. Ich zumindest. Dieses Klacken, hörte das? Wartet. Da war es. Tick, tick. Ich weiß nicht, wo das herkommt, was es ist. Aber es klingt sehr schön. Es klingt sehr... Naja, wie ein mechanisches Geräusch halt einfach, was entstehen kann. In so einem Auto. Ja, und hier sind wir zu schnell. Ach, du Scheiße. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Für diese Rechtskurve ist man eigentlich immer zu schnell. Es sei denn, man fährt ein Formel-1-Auto. Und hat Abtrieb ohne Ende. Und die Strecke sieht einfach nur mal Sahne aus. Kann man nicht anders sagen. Hier gibt es Boote und Yachten zu kaufen. Stand da gerade dran. Aber so viele Details, so viel zu gucken eigentlich. Dass man hier mit dem langsamsten Auto, was Project Cast zu bieten hat, herfahren sollte. Oh, wir sollen schon wieder in die Box gehen. Es ist doch zum Mäuse melken. Aber da habe ich zurzeit nicht alleine Probleme mit. Dass einfach mal zu wenig Sprit angezeigt wird. Obwohl genug noch da ist. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Kümmern wir uns nicht weiter drum. Der Project Cars hat ja auch diesen Showroom, diese Showroom-Funktion, wo du dir dann halt die Karre in schöner Beleuchtung von ziemlich nah angucken kannst. Und das ist bei diesem Fahrzeug nochmal echt ein Highlight, weil der halt von außen so viele Details auch hat und so spacig aussieht mit der Tröte, die da oben über unseren Köpfen oder über meinem Kopf jetzt gerade Luft ansaugt und so weiter. Und dann halt noch schöne Lackierungen. Ich finde generell, Project Cars hat sehr schöne Lackierungen am Start für die Fahrzeuge. Auch Mattlack sieht super geil aus. Und es sind halt so kleine Details, die es dann ausmachen. Hier der Pagani hier zum Beispiel, da kann ich mal eben, zeige ich doch mal eben. Da, seht ihr diese gelben Ringe um die Felgen drum? Allein das sieht schon geil aus. So, und die wechseln manchmal die Farbe, je nach Lackierung natürlich. Manchmal sind die, bleiben die gelb bei einer weißen Lackierung oder so. Also da gibt es unzählige Lackierungen. Vielleicht sind es 20 oder 25, auf jeden Fall satt und genug. Und der geht halt ab wie die Hölle, ne? Hat nicht ganz so viel Grip am Heck wie der Huayra. Aber mit dem scheint fahrphysiktechnisch hier in Project Cars auch noch nicht alles zu stimmen. Huch. Deswegen wollen wir da nochmal keine voreiligen Schlüsse ziehen. HWS und Traktionskontrolle natürlich draußen. Wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle, jetzt muss ich mal eben so nachgucken. Ne, ABS ist sogar drin, das machen wir auch mal eben raus. Fühlt sich schon so an, als ob man mit ABS kein ABS hätte. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie es jetzt wird. Kann man sich übrigens auf Knöpfe belegen. Die ganzen Fahrhilfen. Traktionskontrolle, ABS oder auch Stabilitätshilfe oder sowas. Dementsprechend kann ich da wunderschön schnell rumswitchen und ausprobieren. Ja, das ist schon geil. Der lässt sich echt gut fahren. Kannst du auf der Bremse schon ganz leicht in die Kurve reindrücken. Und dann mit dem Gaspedal nachfüttern. Oh, das muss man nicht übertreiben hier. So, und das ist halt das Schöne an so einem Rennspiel. Das Auto, das gibt es halt nur fünfmal auf der Welt. Ihr habt wahrscheinlich mehr Freunde auf Facebook, als Leute, die dieses Auto, als es Leute gibt, die dieses Auto überhaupt mal live gesehen haben. Oder vielleicht, ja okay, gesehen nicht, ist ein bisschen heftig, aber drin gesessen haben. Sagen wir mal so. Es haben weniger Leute in diesem Auto gesessen, als ihr Freunde auf Facebook habt. Und dementsprechend, die Wahrscheinlichkeit des Fahrzeugs dann nochmal auf dieser Strecke zu sehen, oder auf alle Strecken, auf allen Strecken, die es im Project Castle gibt. Das ist einfach nur unwahrscheinlich, den überhaupt mal zu sehen in seinem Leben. Und hier kannst du aber im Spiel den auf sämtliche Strecken entführen, scheiße bauen, rückwärts fahren, was weiß ich. Komplett zerschroten die Karre. Ich will ja gar nicht wissen, wie viele Paganis für Crash-Tests draufgeben. Und auch generell alle Fahrzeuge, die einfach so zerstört werden für ein neues Modell. Muss natürlich sein, aber das ist bei solchen Fahrzeugen natürlich dann nochmal eine Nummer ärgerlicher, als wenn so ein schöner neuer Golf vor die Wand gefahren wird. Ich bin mir nicht sicher, war es Lamborghini? Ich glaube, die haben für den Muschilago, ich glaube für den Gallardo war es 77 Fahrzeuge allein für die Crash-Tests zerstört, zerstören müssen. Das wird wahrscheinlich früher noch mehr gewesen sein. Ach du Scheiße, ah! Heute kannst du ja schon einige simulieren am Computer. Allerdings sind auch die Bedingungen wahrscheinlich ein bisschen schärfer als früher. Jetzt versuchen wir nochmal hier eine Runde einigermaßen sauber zu fahren. Ich möchte eigentlich nicht die ganze Zeit anecken, das ist so ein schönes Auto. Die Carbon-Teile sind so teuer. Es ist so schlecht! Ich nehme mir vor, fährst du langsam, machst du keine Scheiße und dann direkt in der... Oh, da ist ja der Bremspunkt und dann gucke ich den Bremspunkt quasi hinterher, um danach noch erstmal 3-4 Sekunden zu brauchen, um zu checken, dass ich dann bremsen müsste. Die Bremspunkt Der Schatten ist hier und da auch noch nicht ganz korrekt, ihr habt es gesehen, da gibt es große Sonnenfelder im Tunnel, die eigentlich so gar nicht entstehen dürften. Außerdem ist so mancher Schatten hier auf der Strecke noch nicht so ganz rund und muss sich noch vor einem aufbauen. Aber es ist ja alles noch Work in Progress, Spiel ist noch nicht fertig, Strecke ist noch nicht fertig, Auto ist noch nicht fertig, Nix ist fertig, außer Duki, der ist fertig, der ist immer fertig. Wer fährt? Ich. Fertig. So, letzte Runde. Die Räder blockieren aufs härteste. Und da haben wir es schon verkackt, da haben wir es schon verkackt. Der Einstieg war auch schon schlecht. Ach ja, Leute, wenn man es nicht drauf hat, ne? Macht einen Heinspaß, das kann ich sagen. Schöner Sound, schönes Übersteuern, so, so. Eigentlich fast auch noch zu wenig, denke ich mal, weil ich kann ja auch im zweiten Gang Vollgas drauf latschen, ohne dass was passiert. Und bei 650 PS zweifle ich daran immer so ein bisschen. Aber ich habe da auch jetzt gar nichts an den Einstellungen gemacht. Scheiße. Gar nichts an den Einstellungen gemacht. Ich könnte da natürlich noch das Differenzial einstellen und so weiter. Wenn er wirklich mehr driften sollte, ließ sich das ja machen. Aber ich frage mich dann immer, 600 PS, 650 PS, geht da nicht was im zweiten Gang Vollgas? So, wenn der ab Werk aus der Halle kommt. Aber auf wen willst du fragen? Es gibt ja nur fünf Besitzer. Und die haben wahrscheinlich die Fahrzeuge nur im Museum stehen oder so. Naja, ich sage danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Falls einer jemanden, Pagani St. Roaster zumindest, zu Hause hat und den auch ab und zu mal fährt. Entschuldigt bitte, dass ihr den nicht nur im Museum stehen habt. Ist dann natürlich falsch. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich laufe mich ein bisschen Schrott, weil die KI hier gerade gegen die Wand gefahren ist. So schlecht war ich nicht. So, bis dahin. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen! Bis morgen! Bis morgen! Muss корабle? Ums recomponiert! Wie東 Berlin sah? Kommunik DanskirJa, aussie- jed instinctlich hoch Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020